Ja und damit herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, mit mir dem Gorobain natürlich. Und zwar spiele ich ein Spiel, was ich schon seit längeren Zeit in meinem Besitz befindet. Ich es allerdings nie gespielt habe, weil es einfach nicht, ich weiß nicht, passte es nicht oder so. In erster Linie möchte ich mich dafür bedanken. Ich habe dieses Spiel wie Shake bekommen von einem meiner Zuschauer. Du wirst dich auf jeden Fall jetzt angesprochen fühlen. Ich habe jetzt leider gerade wieder deinen Namen vergessen. Ich weiß aber genau, wie dein Logo aussieht. Ist auch egal. Danke erstmal dafür. Ist es Episode 4 schon raus? Ich kenne mich mit dem Spiel überhaupt nicht aus. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Also doch schon. Ich habe Bilder gesehen. Ich habe vielleicht kurze Ausschneide gesehen. Ich weiß aber nicht, worum die Handlung sich dreht. Oder allgemein worauf es hinausläuft. Wir haben uns hier New Game und keine Speicherstände ausgewählt. Doch eben schon. Life is Strange is a story based on a based game that featured player choice. The game actually... Ja, sind wir mal gespannt. Ich hoffe, ihr habt Bock, das überhaupt zu sehen. Und wenn es euch gefällt, dann... Ich habe doch einen Daumen hoch. Und wenn es euch gefällt, dann geht's. Was ist passiert? Ich bin in einem Sturm? Wie habe ich hierher getroffen? Und wo ist hier? Warte, da ist das Lichthaus. Ich werde sicher sein, wenn ich es da machen kann. Ich hoffe. Bitte lasse ich es da machen. Das ist eigentlich so das Schlimmste, was mir eigentlich so etwas von den Schlimmsten und Sachen zu beziehen könnte. Ich denke mal. Und zwar... Wir müssen die Musik nochmal kurz leiser machen, glaube ich. Es tut mir wirklich leid. Voices ist gut, dass wir ein bisschen weiter runter. Musik gar nicht so hoch. So draußen in der Natur liegen, wenn es ganz doll riechen ist, ist natürlich scheiße, kann sie nicht springen. Das sind gerade... Hier haben wir ein echtes Problem gerade. Nicht überhaupt auf der richtigen Seite des Racktops. Das sah aus wie eine Möwe. Oh, du Scheiße. Der ist ganz schön riesig. Das war so surreal. ...famously called film, Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer, who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep. And that's sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless accidents. Because of her images of hopeless accidents. We feel totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Film, photo. Fach. And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Wie mach ich das denn jetzt? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Moment of desperation. One of you could do that to me. Isn't that true? I didn't love my analog camera. I should take a quick picture now. But first, let me take a selfie. Shh, 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 shh. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? You're asking me? I didn't know. Ich weiß es natürlich nicht. Natürlich fragt er dich. I didn't know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created Daguerreotypes? A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerreian process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s on work. I can't believe I still have this pencil piece. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Okay, may I come along? Online. Shut up. Keep getting us forgiven, man. You guys, so you can get the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry to. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Well, Kate. Kate, I'll take a photo for the competition. Everybody in class. Let's turn into a photo soon. Now I wish I wouldn't have read this. We love your porn video. Das hätte ich auch so lesen können. Oh, Kate. It's too malade. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. I hope I didn't embarrass you. It seems quiet today. You seem quiet today. Just thinking too much. Victoria has already won. Ich finde, einen Tee können wir gut zusammenarbeiten. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Ja, dann, Kate. Geht auch. Oder Pfeffer wächst. Looks like somebody was already working on this. Cool. Schickie, schickie. So, Kate. Gucken wir uns nochmal Kate an. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. So, die Paperball haben wir auf. Watt. Oh, ein Foto davon. Es ist wichtig, von allen Sachen Fotos zu machen. Bin ich hundertprozentig sicher. So, gibt es hier sonst noch irgendwelchen geilen Stuff? Picture? Können wir es angucken? Auch in den Bildern. Die Forest hier immer so mysteriöse. Hm. Und was ist mit dem? Du kannst niemals aus dem Lichthaus hier. Das ist auch der eben aus dem Tag Traum. Oder was auch immer das für ein Traum war. Gucken wir uns nochmal die Lücher an. So cool, dass wir diese ausgesehen können. Der entscheidende Moment von Henri Cartier-Bresson. Das ist rar. Annie Leibovitz' mad Respekt. Der unglaubliche Eugene Smith. Gut, dass wir Avedon zwischen den Meistern sehen. Dahlia, natürlich. Viele Leute, die ich nicht von noch nicht gehört habe. Ich glaube, das ist, warum ich hier bin. Tja, das ist bestimmt der Grund, warum wir hier sind. Da können wir nochmal gucken. Das ist ein Tablet, ne? Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive, everything. Was haben wir das an? Even her Schoolbooks are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Ja, jetzt habe ich Bock, das Tablet zu benutzen. Damit habe ich nicht bestimmt Ärger. Aber ich mach's mal kurz. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. 5.299, das ist irgendwie von der Hausnummer. Hat sie gar nicht mehr gekriegt. Victoria. Die Olle. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Was mit Mr. Jefferson hier? This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Tja. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Uh. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young. The world is yours. Blah, blah, blah. Right? But you do have a gift. You have the fever to take images. To frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Tja. Da hat er wohl recht. Das, äh, sollten wir uns zu Herzen nehmen. Oh, guck mal, da gibt's noch ein Poster. Wir gehen natürlich nicht ohne, das Poster zu gucken, ne? Hier ist das Poster für den Kontest. Mr. Jefferson wirklich erwartet mich, mich zu entkommen. Warum? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für meine 15 Minuten von Infamie. Ah, du bist ein Everyday-Hero. Also, ich glaube ja, hier ist noch ein TV oder so. Man, he even has the best Plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. You didn't tell me how cute I looked yet. I was allowed to. You're welcome to the real world. Just cute. Hi. Then I might send you a special picture. I think I have to pass some supplies. Because Max wants everybody to show up. Ich glaube, das ist ja ein Tilo verarbeitet, ne? Ich brauche eine seriöse Zeit raus in der Bathroom. Spasche Wasser auf meinem Gesicht und mache sicher, dass ich nicht wie ein totaler Verlager sehe. Ich liebe dich, das ist so f***ing wütend. Ich gehe doch aufs Klo. Life is Strange, Episode 1, Christalis. Ich gehe doch aufs Klo. Ich bin einfach mal durchgegangen, ohne dass ich mir irgendwas anhören musste. So. Ja, dann gehen wir doch gleich mal uns auffrischen. Ganz schön viel Wasser dafür, dass sie nur ihre Hände so kurz reingehalten haben. Ja, Max, wahrscheinlich Nein, das gibt es doch nicht Oh Ja, dann Ein Butterfly Sehr gut, Hauptsache das Foto ist richtig Hier, Ingo Dingo, du bist auf der falschen Toilette Ich habe nichts für dich Das ist meine Familie, nicht ich Oh, boo-hoo, poor little rich kid Ich weiß, dass du ein Drogen und schützt und schützt mit Kindern hierher Ich hoffe, dass deine Freundin ausgesucht würde mir helfen, wenn ich sie mit ihnen Mann, ich kann sehen, die headlines jetzt Leave them out of this bitch Ich kann sagen, dass alle, Nathan Prescott ist ein punk-ass, der begs wie eine kleine Frau und spricht mit ihm Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du mit Whoa What the fuck How, how can that be I was in the bathroom He shot that poor girl I held up my hand And then I was back here I already heard this lecture From light to shadow From color Now Kate is being hassled again And if Victoria's phone rings This is real Oh shit Now, can you give me an example of a photographer Bam, I cannot believe this I captured the human condition in black and white Okay, if I'm crazy I might as well go all the way Can I actually reverse time Why Arbus Because of her image Was um alles in der Welt Kommt die Kamera wenigstens wieder hoch Interessant, anybody Max, don't freak out Not yet So, das ist die Antwort When I took my selfie Jefferson asked me a question If he does again I'll know this is for real I don't know what you kids call a selfie A dumb word for a wonderful photographic tradition And Max Has a gift I know I'm not dreaming this It's real I can tell So I can go back in time Selfie expression What if that girl isn't dead yet? Can I save her? It's just I need to go to the bathroom quickly and check it out Now Max Since you've captured our interest And clearly want to join the conversation Can you please Tell us the name of the process That gave birth to the first self-portraits Um I'm sorry But I really have to use the bathroom Nice try, Max But you're not going to get away that easy We can talk more after class Is there anybody here Oh shit Jefferson wants to keep me after class And I need time to save that girl A process that gave portraits A sharp reflective style like a mirror Now you're totally stuck in the retro zone Sad face Very good, Victoria What if I remind you And give me a raise Drain I'm a good girl I'm a good girl Holt Schiff. So. Klar, ist ja kein Problem. Haben wir ja eben... Bits. Everyday Hero, blah, 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 blah. Ich warte noch mal für deine Entdeckung, und ja, Max, ich sehe, du wirst nicht sehen. Max, du bist nicht verrückt. Du wirst nicht träumen. Es ist Zeit, um ein jeden Tag Hero zu sein. Entschuldigung, Herr Jefferson, kann ich mit dir ein Moment sprechen? Ja, Entschuldigung. Nein, Viktoria. Entschuldigung uns. Ich lasse niemals eine der Fotografie-Fotografie-Future-Sterne vorhanden, die in ihr Bildschirm handeln. Okay, um... Press Control to quick undo the previous action. Yes, Viktoria, you still have to do your homework this week. Okay, dann sagen wir ihm nochmal das erste. So regeln wir das also. Na dann, gucken wir nochmal, ob wir sie hier kurz retten können. Katie... Max, are you okay? You look pale. Kate, um... Did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. I have to go. Too much happening right now. Sure. Gut, dann. Auf Wiedersehen. Wie gehen denn jetzt mal? Gut. Jetzt ab zum... Zum Klo, um zu gucken, ob jetzt nochmal los ist. Bitte. 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 Ich kann niemandem sagen. Sie denken, ich bin verrückt. Schön. Easy peasy, smooth hier rum. Und rein. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the... Butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick. I need a hammer to break it open. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. But if I can reverse time again, I can help her. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get a hell of more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way. Don't ever touch me again, freak! Oh, another shitty day. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There is no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. No problem. That's not so. Mr... Mr. Man. Wiedersehen. So. Nase weiß. So. Kommt jetzt gar kein Speicherpunkt irgendwie. Müssen vielleicht raus. Müssen wir raus. Nein. Wir lassen es natürlich. Wir gehen doch nicht raus. Ich würde sagen, das sollte jetzt erst mal gewesen sein für den ersten Part. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein wenig Spaß. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon gesehen haben, Life is Strange, aber ich hoffe, dass ihr es trotzdem bei mir sehen möchtet und dass ich vielleicht ein paar andere Entscheidungen mache als so die meisten anderen. Das habe ich ja bei Game of Thrones zum Beispiel auch gehabt, bei Telltale, bei vielen Sachen halt auch. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, kloppt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr noch mehr sehen möchtet und wir sehen uns im nächsten Part, hoffe ich dann, bei Life is Strange. Bis dahin sagt der Urgur bei erstmal. Ciao.